Weißt du, wie viele Sterne stehen und wohin die Flüsse gehen? Sag, warum der Regen fällt? Wo ist das Ende dieser Welt? Was war hier vor tausend Jahren? Warum können Räder fahren? Sind Wolken schneller als der Wind? So viele Fragen hat ein Kind. Ach, Kind, komm, lass die Frage rein. Boah, kennst du das auch noch? War das nicht eine geile Sendung? Serie, ja. Stimmt, Serie, ja. Serie. Aber Sendung kommt ja auch noch dieses Mal vor in dieser Folge, ne? Sendung mit der Maus und so, weißt du? Ja, das bestimmt auch, ja. Aber das war noch so die gute alte Zeit, wo du am Fernsehen noch lernen konntest. Richtig. Das vermisse ich heutzutage irgendwie. Definitiv. Und ich würde sagen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Backenbad, Brüder. Wir schwelgen heute etwas in Nostalgie. Als wir noch vor der Glotze gesessen sind, nachdem wir vom Sport gekommen sind oder sonst irgendwo. Vom Bolzplatz. Vom Bolzplatz, genau. Ja, oder vom Murmeln schnippen im Park, wo man doch so eine Kuhle gemacht hat und hat mit diesen, hat die Murmeln reingeschnipst. Ja, richtig, richtig nice, definitiv. Genau, heute geht es um Kinderserien, früher und heute. Also jetzt nicht ultra früh, so alt sind wir jetzt auch nicht, aber halt unsere Kinderserien, die wir halt uns in unserer Kindheit quasi noch kennen. Ja. Und da ein bisschen so ein Vergleich ziehen mit heute und was da so der Unterschied ist, wir hatten ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ich weiß nicht, also ich bin ja kein Freund davon, dass man immer sagt, früher war alles besser. Ja, das stimmt ja gar nicht. Nicht bei allem. Es war anders, aber nicht immer besser. Genau, aber ich muss sagen, wenn ich mir das Programm von heute anschaue. Halt, Stopp! Oh, oh. Ey, genau, so was. Dieses Halt, Stopp-Programm, ja, aus diesem bekannten Sender mit einer 2 da drin. Und damals… ZDF? Nee. Ja, wir müssen erst mal ausselektieren, vielleicht kommt der eine oder andere da draußen nicht so drauf. Ja, genau. Ja, wo auch irgendwas mit hier Hauptstadt Tag und Nacht kommt, weißt du, sowas. Du läufst gerade kalten Rücken runter, ne? Ja, so fünfstellige Zahl, Köln und sowas. Diese zwei Serien, jetzt wissen wahrscheinlich die meisten, worum es geht. Genau. Aber lustigerweise, auf diesem Sender liefen früher bessere Kinderserien. Da gab es so ein Nachmittagsprogramm. Ich weiß gar nicht mehr, also ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr die Sender, wo das so lief. Aber um nochmal auf das Intro zurückzukommen, es war ja diese große Reihe, es war einmal. Ich meine, die ist sogar wiederbelebt worden. Natürlich muss man, und das ist ein Argument, was sehr, sehr viele bringen. Also wir haben ja erstmal, es war einmal der Mensch. Ja. Es war einmal, die Zeit war es, es war einmal das Universum, es war einmal das Leben. Ja. Es war einmal Amerika. Und dann gab es nochmal eins. Es war einmal, wir haben das letztens nochmal gesehen, irgendwas mit Astro. Der Weltraum gab es noch und Solar Impulse. Das war irgendwie, glaube ich, eine Serie über so Solarflugzeuge und so allgemein Elektromobilität, irgendwie sowas halt. Genau, also ich habe das, das habe ich jetzt selber nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber allein, allein diese Idee dieser Reihe ist halt schon eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Das Moment, was halt sehr viele heute bringen ist, und das ist auch nicht zu entkräften, weil das stimmt schon. Man darf nicht vergessen, dass diese Sendung so aus den 70ern rum ist, also 70ern, die ersten Sachen da kamen. Ich bin 84er Baujahr, aber das hat sich ja bis, mit den 90ern hat sich das ja durchgezogen. Ich habe es ja auch noch angeguckt, ja. Da waren, da waren ja wirklich noch Elemente dabei, oder man ging ja von dem Wissensstand von damals aus, dass da heute teilweise gerade, was solche Themen betrifft, jetzt mal abgesehen von der Geschichte, wo es jetzt auch vorkommt, aber nicht so ganz gravierend ist, aber gerade es war einmal der Mensch, andere Theorien gibt, die sich halt bewahrheitet haben, ja. Aber so dieses Grundlegende, ja, wie funktioniert der Kreislauf von Blut und wie funktioniert das Herz und so weiter, da gab es jetzt auch keine enorm großen Fortschritte, oder wo man gesagt hat, nee, also das war ja damals komplett anders, ne, früher hat es sich links rumgedreht, heute rechts rum. Das ist ja nicht der Fall. Ja, deswegen gibt es da sehr, sehr, sehr viele Parts, wo du heute immer noch gucken kannst, und ich bin ehrlich, zum Einpennen, es war einmal Amerika, es war einmal der Weltraum oder so, ganz ehrlich, höre ich mir immer noch an. Ja, auf jeden Fall, und das war halt richtig cool, ich fand das halt mega interessant, so als Kind, gerade es war einmal hier der Mensch, wo das halt darum ging, so mit diesem, wie funktioniert der Körper und mit diesem Abwehrsystem und diese, das war auch richtig cool animiert auch, so dieser Daily, Daily Day, Daily Routine quasi von diesem Blut, ja, die dann Sauerstoff aufgenommen haben. Und er transportiert mit diesem Sauerstoffbärchen, mit diesen Luftblasen. Und über der Opa hat er erklärt. Ja, genau, der Opa war überall dabei. Der Ur-Gandalf. Der Ur-Gandalf. Der Ur-Gandalf war überall dabei, genau. Bevor es Herr der Ringe gab, war der schon da am Start. Und der war in jeder von diesen Serien, die, glaube ich, so, ich meine, dass die aus Frankreich kamen, ne? Ja, also es war eine französische Produktion. Ich glaube aber, das war eine europäische Produktion. Kann sein, ja. Das ist ja wie Arte zum Beispiel, das ist auch so eine deutsch-französische Produktion. Ich glaube, das war da auch der Fall, ja. Ja, das genau. Und der war überall dabei, der war bei, es war einmal der Mensch, es war einmal Amerika, der war immer da, war, und dann hat er immer, immer, immer verkleidet. Ja. Immer zeitgemäß, immer zum Thema. Aber richtig geil. Und das ist auch so, da muss ich sagen, zusammen mit so, was glaube ich, so Time-Life-Bücher oder so, da gab es so eine Bücherreihe über so Alltagssachen. Die zwei Sachen haben mich am meisten damals geprägt. So Serien und dazu noch einfach dieses Wissen aus den Büchern und aus diesen gut erklärten Sachen, weil das war, das waren komplexe Themen, aber so runtergebrochen und so einfach erklärt für Kinder, dass es nicht nur informativ war, sondern auch unterhaltsam, weil die haben immer Abenteuer erlebt und trotzdem hast du dann gelernt, wie eben du schon gesagt hast, dass der Kreislauf funktioniert und wie das Blut den Sauerstoff transportiert, wie… Immunsystem und so weiter, also wirklich alles, ja. Genau, und dann im Gehirn wieder Sachen gemacht werden und auch die DNA, wie die sich aufspaltet und wie neue Zellen produziert werden aus der DNA, aus den Bausteinen. Richtig, richtig geil gemacht. Und wie du schon sagst, du hast es verstanden, also an die Leute da draußen, wenn ihr nur singen und klatschen versteht in der Schule, guckt es euch an, ihr versteht das auch. Ja, ich meine, wir sprechen jedes Publikum an, ich beurteile jetzt niemanden, aber es kann ja sein, dass jemand da draußen sagt, ja, singen und klatschen, komme ich noch mit und dann hört es auf, die verstehen das auch. Böse Mails an backenbaden.podcast. Nein, es ist, ist ja jetzt nicht per se, also ich habe jetzt nicht dich persönlich da draußen gemeint, der gerade zuhört, vielleicht kennst du ja auch einen, ne, und fragst für einen Freund, aber Fakt ist halt, wie du schon sagst, es ist halt komplexe Dinge, die aber so gut erklärt sind, dass du dir die wirklich gut behalten konntest. Und ich glaube, ich habe da, was solche Sachen betrifft, sehr viele Dinge erst wirklich verstanden, weil die einfach, Bücher und so sind super wichtig und das soll auch alles bestehen bleiben, ja, weil ich, ich bin jetzt nicht der große Leser, aber ich finde es einfach schön, was in der Hand zu haben und dieses Gefühl von Papier, das, das kann mir einfach ein Tablet oder sowas einfach nicht geben, ja, auch der Geruch irgendwo von einem Buch ist was ganz Spezielles, aber alles aus einem Buchhaus lernen, das ist nicht jedermanns oder jeder Frau Sache oder wie auch immer ihr es da draußen nennen mögt, deswegen ist es halt wirklich schwierig, ja, da immer mitzukommen und deshalb fand ich das damals wirklich sehr, sehr, sehr gut, weil es mir sehr vieles erleichtert hat. Und das war einfach ein Kontrast zu dem, was du halt, man sagt heute so ein No-Brain-Serien, ne, wo du am besten ein Hirn ausschaltest, die gab es früher ja auch, da können wir ja überhaupt nicht reden, ne. Natürlich. Wenn wir jetzt gerade auf Kinderserien bleiben und nicht in andere Sachen abdriften, aber zum Beispiel hatten es ja vor noch die Superkickers zum Beispiel, ne, so 800 Kilometer langes Fußballfeld, ja, die Erdkrümmung war stets zu sehen, Kondensstreifen haben sich hinter ihm gebildet, ja, und er ist mit Ball circa 275 kmh gelaufen. Wir haben auch vorhin gesagt, die laufen halt so schnell, dass das nicht die Erdkrümmung ist, sondern die krümmen einfach die Raumzeit um sich selber herum, deswegen hat es so ausgesehen. Das ist einfach nur so ein laufender Fluxkompensator gewesen. Ja, und den Ball auch immer stetig mit so Überschallgeschwindigkeit ins Tor gepfeffert. Ja, auch ein Pass hatte circa 320 kmh und hat auch nicht das Bein des Gegenspielers abgerissen. Ja, ja, definitiv. Bei Erstkontakt. Aber das ist, auch das habe ich früher geguckt, weil ich war, ich habe selber Fußball gespielt als kleine Hosenscheiße, ja, und habe das einfach gerne geguckt. Genau, und das ist aber auch der Unterschied, weißt du, wir haben natürlich schon immer solche Kontrastprogramme gehabt, so wie du es gesagt hast. Wenn ich daran denke, dass wir auch so richtig, richtig coole Sachen hatten, wie Löwenzahn, wo dir Sachen erklärt werden, ja. Ja, klingt komisch. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Und dann hast du auch irgendwelche super actionreiches Sachen gehabt, hier wie so, was weiß ich, die, die, wie hießen sie, keine Ahnung, so Ninja Turtles oder du hast dann auch so. Hey, hier kommen die Ninja Turtles, super starke Ninja Turtles, immer auf der Low. Und immer etwas schlauer. Genau, richtig, ja. Und du hast halt immer so Sachen gehabt, aber ich finde, wenn du es auf heute irgendwie rübermünzt, also wenn ich, wenn ich daran denke, was so jetzt mein, mein, mein kleiner Neffe bis vor ein, zwei Jahren geguckt hat, ey, das ist einfach nur, das ist, es muss alles ultra, ultra actionreich sein, also so richtig so, das ist wie so ein ADHS-Programm, so, weißt du, so, so dieses, alles macht bing, 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 es ist Effekte, Lichtscheiß und weiß der Teufel, so, und alles übertrieben auch, also so richtig unnützter Scheiß, so, was weiß ich, Cosmo und Wander, wenn Elfen helfen, so richtiger Quatsch, so richtiger Müll, wo du als Kind nichts rausziehst. Das hört sich an wie ein Mittagsprogramm auf RTL, kurz nach Tine Wittler. Das sind die Hausaufräumer, weißt du, die dann bei dir immer Haus aufräumen, wenn du selber nicht mehr dazu in der Lage bist, ja. Cosmo und Wander, ja. Aber da muss ich, da muss ich aber wirklich sagen, ähm, auch wenn es heute noch Trickserie gibt, ne, aber es hatte für mich damals viel mehr Charme, es hatte ich viel mehr gecatcht, weil es war nicht am PC, am Computer animiert mit allem möglichen Mist, sondern das war handgemalt, harte Arbeit. Handgemaltes Zeug, unfassbar, die haben ganze Serien draus gemacht, so alles handgezeichnet, ist richtig, richtig heftig gewesen und richtig schön auch gemacht, vor allem, wenn ich dran denk an so Captain Future oder weiß der Teufel, weißt du, so Riemen und so weiter, richtig schöne Landschaften, so, wo du wirklich gesehen hast, der Künstler hat sich richtig Zeit genommen und das gezeichnet und richtig detailreich gemacht oder hier so Universum oder weiß der Teufel, richtig, richtig cool und heute ist einfach reingeklatscht, ist einfach Copy Paste, 3000 Mal gemacht, immer derselbe Hintergrund, weiß ich nicht. Gefühlt ja, gefühlt ja, also es gibt heute auch noch so Sachen, die sind aber halt eher an das ältere Publikum ran, dann mit Family Guy oder American Dad habe ich super gerne geguckt oder wo man dann älter war, auch gern mal die Simpsons, wobei ich die gar nicht so extrem viel geguckt habe, aber wenn ich halt wirklich zurückgehe, ich kann so viele Sachen aufzählen, ob es jetzt Lucky Luke ist, wo ich mich heute noch wegschießen kann, ja, wo ich halt, das war halt wirklich für mich ganz früher, ne, so die ersten Sachen, an die ich mich erinnern konnte, war wirklich dann auch, gut, Sesamstraße ist jetzt kein Trickfilm in dem Sinne, ne, aber, ähm, Flintstones, Familie Feuerstein. Das war richtig cool. Ich hab mich schepp gelacht. Ja, ja. Ich kann mich da einfach noch dran erinnern, das sind so die ersten richtigen Erinnerungen, die da noch mit sind, mit eben, es war einmal, äh, wo er draußen an der Tür steht, weil er ausgeschlossen wird, Hammond ging die Tür und schreit, Will, oh! Ja, dabei kann er einfach so das Fenster gehen, weil die haben ja gar keine Fenster, ne? Ja, eben, also es wurde halt auch, wie bescheid, aber das sind halt, ja, Ninja Turtles und so weiter, ne, dann, dann wurde mir irgendwann ein bisschen älter und dann, äh, kam ja, wenn wir beim Sport noch bleiben, ähm, und in Serien, äh, du hast vor das Lied angestimmt, du kanntest es so gut. Welches? Oh, Mila! Die Mila! Ja! Meine Lieblings, meine Lieblings-Mila! Die Mila kann lachen, wie die Sonne über Fujiyama! Ja, ist ja geil, ey! Das hab ich, also ganz ehrlich, das hab ich auch geguckt. Ja, why not, ne? Also... Ja, wirklich viel. Auch wegen dem, was man da gesehen hat, aber ja, das ist, was war so Volleyball, ne? Volleyball, ja. Ja, war Volleyball, ja. Ja. Mit ihren großen Knopfaugen und immer dieses draufgehämmert, das hat auch so ein bisschen was von den Superkickers gehabt teilweise, aber nicht so extrem. Mhm. Und, ähm, das war einfach so eine Sache, die man immer super gerne mal geguckt hat, wenn man halt diese No-Brainer haben wollte. Genau. So ein bisschen, aber es war halt immer, gut, bei den zwei vielleicht nicht, aber es gab ja auch Serien, wo immer irgendwas hinten dran gewesen ist, ja? Apropos hinten dran gewesen, eine Sache müssen wir mal aufräumen nochmal und das hält sich hartnäckig bis heute, leider. Und ich glaube, Peter Lustig ist, glaubt, gestorben, ne? Ja, 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 vor ein paar Jahren. Und es wurde immer und immer und immer wieder gesagt, und er selber hat's nochmal gesagt, auch, glaubt, kurz vor seinem Tod. Nein, der hat nie Kinder gehasst. Ja, das ist ja Quatsch. Hat der niemals gesagt. Das wurde irgendwann mal in die Welt gesetzt. Ja, ja. Und das hat dem auch ein bisschen zugesetzt. Ja, ja, ja. Das hat er auch schon ein paar Mal gesagt. Also, nein, hat der nicht getan. Der hat keine Kinder gehasst. Also, ich muss persönlich sagen, ich muss persönlich sagen, Löwenzahn war eine der besten Sendungen. Ich hab letztens wieder mal eine Folge angeschaut, wo es darum geht, wie Gummi eigentlich hergestellt wird. Ja, dieses, wo kommt das überhaupt her und wie wird das verarbeitet, was das für ein Riesenaufwand ist, Reifen zu produzieren und das richtige Mischungsverhältnis für verschiedene Gummiarten und so einen Quatsch zu machen. Und der hat das richtig geil erklärt. Das war immer so eine Mischung. Er hat so ein Problem gehabt, ja, in seinem Bauwagen. Das war so geil gemacht. Er hat irgendwie so ein Problem gehabt und hat das selber lösen wollen und ist dann auf die Suche gegangen nach der Lösung und dann auch immer diese Einschübe dann, wie die neue Fabrik aussieht und wie die Gummiherstellung funktioniert und wie das Gummi eben dann dieser Kautschuk, der Naturkautschuk von den Bäumen geerntet wird. Immer so diese Rückblicke und immer diese Mischung und das hat es für mich ausgemacht. Dieses, er hat ein Problem gehabt oder ein alltägliches Ding, wo er dann gesagt hat, wie geht das eigentlich? Das will ich jetzt wissen. Ja. Und du saß dann davor, wow, geil, ja, jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert und wo das herkommt. Ja. Und gleichzeitig mit seinem, mit seinem kriesgremigen Nachbarn, der Verschulke. War der nicht noch so ein Rabe gehabt, der da auch im Bauwagen teilweise mit drin war? Ah, nee. Mit dem er sich unterhalten hat? Mit irgendwas hat er sich damit unterhalten. Der hat sich mit so einer selbstgebauten, das war so eine Violine oder so an der Wand und dann waren da so Augen und so Lampen und dann hat er immer gesagt, sei ruhig da. Und dann hat er ihm irgendwas gesagt. Aber das war richtig cool. Das ist wie so der Part von Sendung mit der Maus. Ja. Wie das funktioniert, wo sie das erklären. Das ist halt genau dasselbe Prinzip gewesen. Die haben sich gefragt, hey, wie wird das überhaupt gemacht? Ja. Wie wird ein Auto produziert? Wo kommt das her? Und die Schifffahrt und wie das funktioniert alles. Flughafen, wie die Koordination geht. Das ist richtig geil gewesen. Und auch richtig mit so einer Erzählerstimme einfach dann immer untermalt. Oder man dann selber eben gesagt hat, das war richtig genial. Ohne Scheiß und auch mal so anregend zu selber basteln. So weiß ich nicht, so ein Wetterhäuschen oder irgendwas halt. Keine Ahnung. Und selber gebastelt dann eben, ja, einfach genial. Das war halt, da wurde Animation nicht dahin gesehen, dass man die Serie an sich nochmal weitestgehend animiert, sondern den Zuseher animiert zu etwas. Und das finde ich, das hat sich komplett verschoben. Also klar, man muss auch bedenken und ich denke, das werden jetzt viele da draußen auch gerade denken, die jetzt gerade zuhören. Vielleicht auch gerade du da. Ja, wir sind vielleicht heute nicht mehr auf diesem Radar groß unterwegs. Außer man hat jetzt eigene Kinder oder so, wo das dann irgendwie so ein bisschen wieder zurückkommt. Das nutzen wir ja auch. Wo man dann sieht, hey, was gucken die denn heutzutage? Und garantiert gab es den einen oder anderen Elternteil oder die Großeltern. Gut, bei Großeltern wird es schwierig, aber die denken, oh mein Gott, was guckt denn der? Ja, das war ja damals anders. Wobei das jetzt bei mir gar nicht so war, weil viele Serien, die da waren, gab es auch vorher schon, was da eben geschaut worden ist. Und weit davor gab es nicht mehr viel. Genau, da wurde die Mondlandung dann halt, aber das war was. Dass man die nachspielen können, nicht so einfach. Aber das sind so Sachen, wo ich wirklich denke, umso animierter so eine Serie ist heutzutage, umso weniger liegt der Fokus auf der Animation für den Zuschauer. Das ist die Rieselung. Es geht heutzutage eher darum, man möchte die Person unbedingt mit aller Gewalt am Fernseher halten. Damals, ja, du hast dir das angeguckt, aber du hattest danach Bock zum Opa zu gehen, zu dem in die Garage zu gehen und sagen, ich will ein Vogelhaus bauen, ich will das machen oder hey, ich habe das gesehen oder solche Sachen. Das findet man heute, glaube ich, nur auf speziellen Kanälen und auch zu Uhrzeiten, wo ich glaube, die Kids in der Schule sind. Ja, definitiv. Wenn ich daran denke, ich habe eine Serie damals gesehen, wo es darum geht, das war, glaube ich, Sendung mit der Maus, um Radio. Wie das funktioniert, wie die Sender und Empfänger funktionieren und wie so ein Radio aufgebaut ist und warum überhaupt man mit dem Radio sowas empfangen kann. Und das Nächste war eigentlich, ich bin zu meinen Eltern gerannt und habe gesagt, können wir mal so ein Radio bauen? Und die hat natürlich so, äh, was? Geh weg. Geh weg, jetzt, was willst du da? Wir haben doch ein Radio, das funktioniert doch. Nee, und dann haben wir so einen Baukasten gekauft von, wie hieß denn diese, wie hieß das, Cosmos? Weil ich habe keine Ahnung, irgendwie so eine Marke war das. Und da konntest du so Bausätze holen, wo da auch nochmal Anleitungen waren und dann dazu, wie das funktioniert. Und das hat mich quasi animiert dazu, selber sowas auszuprobieren. Und ich war mega happy, wo das dann geklappt hat. Und ich habe einfach so abends am Fenster gesessen, ja, und habe einfach so auf AM geschalten und dann so ganz komische Sender reingekriegt. Und teilweise sogar damals noch... Es sind immer ganz komische Sender drin. Ja, und damals tatsächlich sogar noch Funk, wo ich nicht wusste, wo das hergekommen ist. Weißt du, wie so, wie so, äh, so LKW-Funk oder so, weißt du, CB-Funk oder was weiß ich. Ja, das habe ich auch gehabt, ja. Und, äh, oder teilweise, lustigerweise, einmal habe ich tatsächlich auch, äh, wo ich klein war, so ein, ähm, so ein Sportflugzeug-Funk abgekriegt. Da hat er mit dem Tower gequatscht. Hier, da, weißt du, wir haben so einen, wir haben so einen, äh, Flughafen hier, so einen, äh, kleinen auf dem Berg. Und, ähm... Stuttgart International ist nicht zu klein. Ja, ja, natürlich, ja, Stuttgart International vor allem. Er hat mit so einem Flughafen, das war nämlich da, wo das ganze Luftfahrt-Chaos war, da hat hier Tobi erstmal mit dem Tower gequatscht als kleiner Mops. Da habe ich allen an Landeerlaubnis erteilt, allen, gleichzeitig. Gleichzeitig. An die 7 für 7, bitte fahrt sie mal rechts ran, sie sind noch nicht dran, ja. Genau, ihr Blinker ist schon seit drei Kilometern an, gell. Ja, ja, nee, nee, sowas halt, ja. Ja, aber sowas hat mich animiert, so wie du sagst, äh, Sendungen, die dich animiert, eben selber, selber was auszuprobieren, selber was zu bauen. Ja. So, auch Chemiebaukasten oder irgend sowas halt. Aber das habe ich mich immer, bevor wir dann noch mehr abdriften wegen Serien, aber ich habe immer gedacht, wie lebensmüde waren denn die Eltern damals, Großeltern oder sonst, weil meistens kamen ja genau solche Geschenke wie Chemiebaukasten und so, nicht aus dem engsten Familienkreis. Du hast dir dann später irgendwann, wenn du dir Gedanken gemacht hast, da muss irgendwas vorgefallen sein, ja, weil, ne, du schenkst dem Kind, Chemiebaukasten, ja, mach mal, schütte einfach mal durch, was da so geht. Ja, ja, weil, kein Problem. Aber ja, das ist, um wieder den Schwung auf unser Thema zu kriegen, ich gebe dir ja vollkommen recht, auch irgendwie so die Thematiken, die da behandelt worden sind, finde ich, waren für mich auch komischerweise Tiefgründiger. Ja. Es gab eine Serie zum Beispiel, als die Tiere den Wald verließen. Oh, geil. Das war richtig traurig. Man hat das super gerne geguckt, aber wenn du überlegst, um was es da ging, das ist bis heute noch ein Problem. Wir vernichten den Lebensraum. Wo wir alle Teil davon sind. Ja. Ja. Wo es dann halt wirklich darum geht, dass, wie du schon gesagt hast, dass das durch die Rodung und durch die, durch das der Mensch eben den Planet zerstört und dass die Tiere darunter leiden, ne, dass halt der Lebensraum, der Wald, immer mehr von Baumaschinen weggemacht wird. Und das ist, du hast als Kind gerne geguckt. Ja, ja, ja. Und wenn du aber dann wiederum siehst, wie man sich heute verhält, ist man jetzt so im Nachhinein so ein bisschen traurig, dass davon nicht viel hängen geblieben ist. Ja, leider. Ja, weil man irgendwo in diesem ganzen Trott halt mit drin hängt, ne. Aber das sind, allein das schon, weiß ich nur nicht mal, ob es das heute noch großartig geben würde, weil da hast du dann gleich wieder keine Ahnung, was für Lobbys sind. Ja, ja. Das wird sich am Gehen, ja. Also ich werde, ich habe, ich habe, ich habe eine super, ein super Beispiel habe ich für eine Kurzserie, die kann ich, die kann ich auch nachher mal erzählen oder ein bisschen ausgiebiger. Gleich und schön. Weil wenn wir, wenn wir dann wieder auf diesen Schwung kommen, was vielleicht man angucken kann heutzutage als Kind oder als auch als Erwachsener, was, was ich mega interessant finde, kann ich nachher noch erzählen, genau. Damit wir nicht alles schlecht reden, was heutzutage läuft. Nein, nein, das ist ja nur so ein Querschnitt, wie wir, wie sich das für uns anfühlt, ne. Aber da, das ist zum Beispiel so eine Serie gewesen, genau, die war echt gut gemacht, es war ein kritisches Thema und da gab es ein paar so Serien und zwar gab es da auch noch, was mich noch, was mir noch in den Kopf kommt, Chlorophylla hieß das. Also es war so ein Blatt und da ging es um Natur und Naturschutz, die war auch grün, lustigerweise, ne, so wie so Blätter halt sind und da gab es auch, da ging es auch um so Naturschutz und wie das alles da, oder wie wir zusammen leben halt mit der Natur und mit den Pflanzen und was weiß ich und dann gab es auch noch mal so einen lustigen rosa Vogel mit einer Latzhose, der kriege ich aber nicht mal zusammen, wie der hieß, ich glaube Albert oder sowas. Oh, da sagst du irgendwie, ah, wie heißt der denn mal? Ich glaube, der hieß Albert, weil das war so ein Vogel, da ging es auch um Naturschutz und um Dinge, die halt im Wald und wie das, wie die Tiere da leben und was wir denen halt wegnehmen und kaputt machen und, aber das hier hieß, glaube ich, äh, äh, Albert, äh, jetzt kann man mal gucken. Ja, genau, da hieß Albert. Albert Zag, Natur aber nur. Ja, genau, genau, Albert Zag, Natur aber nur. Ja, das war auch cool. Ja, das, äh, das halt, aber das ist halt auch wieder 95 bis 97. Ja. Weißt du, darum geht es ja, das sind halt, wenn du denkst, ich bin 84er Baujahr, ne, da war ich, äh, 11, 13, da hat man jetzt zum Beispiel, das jetzt nicht mehr geguckt, aber da hast du dann auch ein paar andere Sachen nochmal gesehen, äh, meistens war ich, äh, war ich da auf dem Tennisplatz gewesen, äh, hab super selten Fernseher geguckt, ehrlich gesagt, ne. Ja, ähm, weil ich dann halt später Tennisspielen angefangen hab und du hast mich im Sommer eigentlich von morgens bis abends nur dort gesehen, ja. Ja. Ähm, und, und ansonsten an den Wochenenden hatten wir Turnierspieler oder so, das heißt, ich war da sowieso ständig weg. Aber, ähm, man, man hat, ähm, definitiv viel anderes halt eben, äh, geschaut. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal da ein bisschen zurückgehen, ähm, was ich auch super, super gerne geguckt habe, war D'Artagnan und die drei Musketiere. Das ist, wo es, wo es im Kern um, um ganz viele andere Sachen geht, er ist eigentlich komplett anders, möchte immer, äh, da zu dieser Gruppierung dazugehören, dann zu der Gruppe, ne, zu den, zu den Musketieren, ähm, und, und hat es dann halt irgendwann auch geschafft und, und die stehen für was ein und, und solche Sachen irgendwie. Ja. Das hat dir auch so sehr, sehr viel vermittelt, finde ich, ja, dass du, auch wenn du jetzt vielleicht nicht genauso bist wie die anderen, trotzdem Teil davon sein kannst. Ja. Und, und mir kommt es einfach so vor, dass es heutzutage irgendwie immer mehr um Abgrenzung geht. Ja, jeder macht halt so sein Ding in den Serien, ne, das ist halt immer so Einzelperson oder sonst was. Gut, hattest du ja damals auch mit Lucky Luke und so weiter, aber das war. Ja, der hat ja immer noch sein Pferd gehabt. Ja, das ist auch richtig. Das ist auch richtig, aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, das ist, ähm, es mag wirklich sehr viel dran liegen, dass, ähm, man ja für sich selbst in Erinnerung schwelgt und die hat ja, jeder hat ja ein anderes Gefühl dabei, wenn er sich an was erinnert. Also, wenn du dich jetzt zurückerinnerst und denkst an dieselbe Serie, ja, im selben Alter wie ich auch, aber die Zeit war eine andere, ja, und deine Familienstruktur war eine andere, du warst anders, dann hast du ein ganz anderes emotionales Ding. Als ich, aber mit sehr vielen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, und ich muss auch sagen, dass gerade eine wirklich gute Freundin, die, die selbst Kinder hat, äh, was wirklich, äh, Schönes vorher gesagt hat, weil sie gefragt hat, hey, was für ein Thema habt ihr denn heute beim Podcast, ne? Ja. Ja, ja. Der meiste Kram, der da läuft, ist halt sowas. Das weiß ich nicht. Da sind wir aber wieder beim Thema. Wann sind denn die ersten Folgensendungen mit der Maus rausgekommen? Das ist auch ziemlich alt. Ja, 70er? Ja, ich glaube. Ich kann gerade mal gucken, aber ich glaube... Ja, ich gucke jetzt auch gerade mal. Müsste ja irgendwann in den 70ern gewesen sein. Das, äh, erste Ausstrahlung. 75. Boah. Ja, so lange gibt's das schon. Klar, heute ist es anders animiert. Früher war das alles gezeichnet, ne? Mit dem Elefanten. Ja, ja. Ja, genau. Ja, und so weiter. Ja. Ja, und auch mit der Ente und allem drum und dran. Aber dieses Konzept hat sich ja niemals grundlegend verändert. Ne. So, und dann musst du halt mal überlegen, das kommt halt auch aus der Zeit. Ja. Ja, und es hat dich ja noch begleitet, sogar mich. Also, musst du mal überlegen, das ist jetzt 70 Jahre alt. 50 Jahre alt. Ja, 50 Jahre geht's dir schon. Es sind über 2300 Episoden. Das ist unfassbar. Ich meine, schön, dass sich sowas noch hält. Definitiv. Das, ne? Das darf man dabei nicht vergessen. Aber, ähm, ich glaube, es wird halt nicht mehr in dieser Masse wahrgenommen, wie es halt damals war, weil auch das Angebot ein bisschen weniger gewesen ist. Ja. Also, ich kann mich noch erinnern, du hast halt damals, hast du so diese Hauptzeit gehabt, wo genau diese Sachen gelaufen sind, bis, nachdem du von der Schule gekommen bist, sagen wir mal, 12 bis 18, 19 Uhr. Ja, ja, genau, genau. Und dann war eigentlich auch in der Regel Schluss. Genau. Dann, dann war's das so. Und heutzutage... Rund um die Uhr. Nachts um vier kannst du die, wenn die die Belgier auf den Wecker gehen, kannst du selber den Fernseher anmachen. Und die machen sich selber den Fernseher an. Ja. Meine, meine zwei, äh, Neffen, die haben sich, wo sie kleiner waren, einfach selber den Fernseher angemacht um, um fünf. Und dann sind die unten gehockt, ne? Also, so zu dem, ne? Dann kam irgendwann, kam irgendwann mein Bruder runter und sagt, so, was ist denn hier los? Bis er alles gesperrt hat, weil er gesagt hat, das kann nicht sein. Dass die da morgens zu fünf Glotze da anmachen sollen, wenn dann irgendwie, was weiß ich, was spielen. Zum Glück haben die nicht Sport 1 angemacht. Ich glaub, das ging bloß bis zu vier oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Aber das sind so, dann irgendwann in den 90ern kam dann Nickelodeon mit den Rock Rats und wie sie heißen und Hey Arnold und, ähm, Rockos modernes Leben. Ui, ui, so abgehend. Hat man aber auch, hat man auch noch gern geguckt. Ja, ja, aber die Sendung war richtig durch. Die war komplett, ne? Rockos modernes Leben. War durch, ja. Holy shit. Also, da war alles dabei. Sprechende Kur. Also, das war, wenn du so in der, in der, in der, in der Anstalt irgendwann mal landest, ja, stelle ich mir das so vor, was ist das, das ist so ein Tagesprogramm. Ja, aber das ist, aber das ist halt, trotzdem ging das noch einigermaßen, ne? Weil da eigentlich auch Themen teilweise behandelt worden sind. Ja. Aber nochmal. Anders halt. Ja, anders auf jeden Fall. Aber das war dann so Nickelodeon Zeit. Ne. Und dann ging das ja irgendwann mal los mit Lazy Town und so ein Zeug, wo ich denke, Boah. Beine Fresse, was musst du da bitte schön. Was am, da musst du ja wirklich was am Korn haben, oder? Das ist ja. Da musst du wirklich ein ganz besonderer Schlagmensch sein, damit du das. Ja, oder du musst ein besonderer Schlag, das kann natürlich auch sein. Ja, das ist wirklich, also das, ne, das geht auch nicht. Das ist wirklich Quatsch. Aber wir hatten noch eine Sache. Wir waren ja bei den Lehrsachen, Peter Lustig und so weiter. Ja. Es gab nochmal jemand. Nochmal so einen, der so was beigebracht hat? Aber richtig. Aber richtig, warte mal. Kannst du mir einen Tipp geben? Halb animiert. Halb animiert? Ja. Schwierig. Debütierte 1962 im Bayerischen Rundfunk. 1962? Mhm. Wow. Also ich hab's in den 80ern bis Anfang 90ern noch geguckt. Okay, nee, komm ich jetzt nicht drauf. Ich kenn's bestimmt, aber... Meister Eder und Pumuckl. Nein, na klar. Hat man auch gerne geguckt? Schabernack. Bei der gar nicht so knapp. Schwupps, heißt die Pfeile weg. Wer hat's... Weißt du, Quatsch? Ich weiß. Ja, aber man hat... Cool, ja. Trotzdem auch gerne geguckt. Ja, definitiv, ja. Und auch da wurden dir teilweise immer noch Sachen erklärt. Ja. Ja, ja, das stimmt. Aber ich hab auch so Sachen angeschaut wie... Ah, Siebenstein, wenn dir das was sagt. Das war doch der Rabe, oder? Ja, genau. Mit dem Koffer, dem sprechenden Koffer und dem Raben. Ja, stimmt. Was ist der Scheiß? Die Siebensteine, die so einen Krämerladen hatte, so einen Antikladen mit so einem Raben, der immer frech war. Weißt du, wer der Koffer war? Ja, ursprünglich. Als Koffer lief's nicht so gut. Später wurde Bernd das Brot, der hat einfach nur umgesucht. Ach so. Mischt. Ja, ja, genau. Ja, das waren echt so komische Sachen. Ja, das stimmt. Inspector Gadget findet man noch ein. Boah, Alter. Mit seinem Trenchcoat und aus dem Hut und was alles kommt. Go-Go-Gadget-Telekopter, bestes Ding, würde ich jeden Tag zur Arbeit fliegen mit dem Ding. Absolut. Mit dem, wo dann die zwei Griffe raus sind, hast du gemütlich festgehalten. Wir hatten drauf geschissen. Scheiß auf MacGyver. Wir hatten Mr. Gadget. Das ist halt einfach so. Inspector Gadget, bester Mann, ja. Aber wenn wir gerade schon bei Mr. Gadget sind, ich glaube, ich habe gerade echt einen guten Übergang gefunden. Weil wir sind jetzt in der Halbzeit, ne? Ja, wir sind jetzt in der Halbzeit. Ich weiß schon, was kommt, ja. Wir haben ja noch so ein Mr. Gadget bei uns schon zweimal im Podcast gehabt. Vor allem, vor allem, der Mr. Gadget ist ja gerade richtig on Tour. Der ist ja richtig in Urlaubsstimmung so. Ja, der macht Kroatien unsicher, glaube ich. Wahnsinn hier. Ja, ja. Das muss ich mal sagen, ne? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Kubi. Ja, Kubi. Felicidades. Feliz Cumpleaños, wie wir hier sagen. Wir kommen ja auf Mr. Gadget. Ganz einfach, wo er über die Unterwasserfotografie gesprochen hat, in unserem zweiten Podcast mit ihm, hat er Tobi damit so ein bisschen aus den Natschen gehauen, weil er gesagt hat, und da sind wir wieder beim Thema, er ist ja auch, er ist jetzt, weiß ich, ob wir es droppen sollen, aber der ist ein bisschen älter als ich auf jeden Fall, aber der kennt halt auch noch die Serien, die wir angesprochen haben, wo man animiert wird, Dinge zu tun, zu bauen, sie nicht gleich zu kaufen. Und da hat er eben damals gesagt, warum sollte ich zweifellos sehr gutes Unterwasser-Equipment kaufen für aber einen horrenden Preis, wenn ich doch selber einen Kopf habe und weiß, was ich benötige und baue mir das dann einfach selber für einen weitaus geringeren Preis. Deswegen kam gerade der Übergang von Mr. Gadget, weil er wirklich mit dem, was er tut, aus Leidenschaft eben macht und sich selbst eben weiter über den Tellerrand Gedanken macht, wie er Dinge bewerkstelligen kann, ohne horrende Summen für Equipment auszugeben, weiteres Equipment. Kubi, schreib uns doch mal, was seine Lieblingskinderserie war und ob du Mr. Gadget auch gefeiert hast, wenn du ihn als Vorbild genommen hast für deine Gadgets jetzt. Genau. Richtig cool. Kubi, Kubi, das kannst du mal machen. Aber das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Wie gesagt, Kubi hat sich ja damals auch bereit erklärt, noch mal ein drittes Mal zu kommen. Wir sind jetzt auch gerade mitten in der Saison. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er sich jetzt schon rangewagt hat mit der analogen Fotografie unter Wasser. Aber noch mal, Leute, wenn ihr ihm folgen wollt, geht einfach mal auf Kubiza Experience auf Instagram, guckt gerne mal drauf, wir werden es jetzt nicht verlinken, aber guckt einfach mal in unseren Folgen, in den letzten Folgen ist er als Gast mit drin. Wir haben zweimal ihn als Gast gehabt. Er kommt noch ein drittes Mal und wir werden euch auf jeden Fall sagen, wann er mal wieder bei uns aufschlägt. Und das wird bestimmt klasse, weil ich bin super gespannt auf jeden Fall. Ja, ich auch. Mega. Aber er ist, sagen wir mal, ein Freund vom Podcast. Er macht selber sehr, sehr ansprechende, gute Videos auf YouTube. Hochqualitativ, muss man wirklich sagen. Superschöne Videos, erklärt auch viel. Begleitet ihn mal, weil man sieht wirklich guten Progress und das sieht man nicht bei so vielen Leuten. Man hat das Gefühl, dass in jedem neuen Video wieder Progress bei ihm stattfand und dich da auch mitnimmt. Und das finde ich super spannend, auch wenn ich nicht zu oft dazu komme. Ja, ich feiere das jedes Mal, wenn ich einen neuen Status sehe in WhatsApp von ihm. Ja, wie einfach nur mit seiner geilen Sonnenbrille in die Kamera guckt, zwei, drei Sekunden Video. Ja, ich wollte ihm schreiben, what was your message? Das ist doch klar, oder? Aber er ist einfach ein Original, er ist ein super, super feiner Typ und ich gönne ihm da wirklich alles. Und guckt mal vorbei, aber bevor ihr bei ihm vorbeiguckt, und das solltet ihr auf jeden Fall machen, guckt bei uns vorbei, ja. Wackenbart minus Podcast. Jetzt weiß ich selber nicht mehr was. Ja, echt? Wow, jetzt habe ich so einen Blackout wie du, ey, das ist ja ganz schlimm. Ist immer gut, weil wir so viel Zeug haben. Ja, backenbart-podcast.com. Ja, genau, genau, genau. Ich komme mal beieinander mit dem Punkt. Immer die neueste Folge. Könnt ihr da, ihr könnt uns auch mal sehen, wie wir ausschauen. Ja, wenn ihr wollt. Nur wenn ihr wollt. Ja, ansonsten kann ich euch sagen, einfach die linke Seite des Bildschirms abdecken, dann müsst ihr mich nicht sehen. Könnt ihr uns ein Schönling angucken. Dann passt das. Ja. Ich muss ein Schönling angucken. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und ihr habt unsere Podcast-Plattform, ne, Buzzsprout, Spotify, wie wir sie alle kennen, auch Apple Podcast. Da kriegt ihr auf jeden Fall bei Apple Podcast noch am Ende des Podcasts noch eine Info. Eine sehr erfreuliche Info. Also bleibt dran. Wenn du es hören willst, ne? Ja, genau. Da habt ihr unsere Souls auch bei mir, Coffee, wer uns unterstützen möchte mit dem Podcast. Sehr, sehr, sehr gerne. Ist kein Must-Have. Ist kein Ding, was ihr wirklich machen müsst. Aber wir freuen uns natürlich sehr. Wir haben auch schon einen Unterstützer. Und machen einfach so Dinge möglich, wie wir es haben. Und bedanken uns da auch nochmal recht, recht herzlich für jede Unterstützung. Ihr könnt uns ab 1 Euro schon einen Kaffee einmalig kaufen. Also einen virtuellen, der uns zugutekommt. Oder ihr könnt dann halt eben auch eine Membership abschließen. Wir haben das mit Absicht gemacht, dass wir eben nicht zu viel Goodies geben, weil es gibt auch Leute, die sich das nicht leisten können. Und das verstehen wir absolut und wollen denen kein Exklusiv-Content oder sowas verwehren. Das heißt, ihr hört einfach, ihr habt einfach die Möglichkeit, den Podcast einen Tag vor Release zu hören. Also Samstag anstatt Sonntag. Und unsere Twitch-Live-Show, die wir einmal im Monat haben, sofern wir sie bewerkstelligen können, bekommt ihr dort nochmal auf die Ohren und könnt sie da nochmal hören. Das sind die Goodies, die ihr da habt. Abseits von OnlyFans und dem ganzen anderen Kram, den ihr ja schon kennt. Das ist Tobis Herzensprojekt, OnlyFans, privat. Da könnt ihr natürlich auch Autogrammkarten und so, die ihr da ohne Hände unterschreibt hinbringen. Gut, hätten wir das auch geklärt. Schön, ja, kommen wir zurück. Das ist schwierig jetzt. Das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schwierig. Guck, ob du jetzt die jetzt, also ich habe ja einen geilen Übergang, muss ich, also gerade eben muss ich mich ein bisschen loben. Der Übergang Mr. Gadget zu Kubi ist wahr. Ich würde sagen, das war, das war schon top. Also ein bisschen gut war das jetzt schon. Obere Liga war das auf jeden Fall, ja. Ja, obere Liga würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, so knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt. Kann man zufrieden sein. Kann man, ja. Man muss sich ja immer bemerken, was für ein Team hat man, ne? Wir haben nicht kein Team, wir sind das Team. Mann, alles selber. Ja, das ist halt echt so, ja. Ja, nee, ich finde keinen Übergang. Was soll ich machen? Das ist halt, ich meine, vielleicht, vielleicht haben dich ja die Kinderserien so geprägt, dass du halt so Inspirationen heute so kriegst, so kreative, kreative Ergüste wie Mr. Gadget. Vielleicht ist ja das hängen geblieben, sowas, ja. Bestimmt. Ja. Bestimmt. Also es bleibt ja immer, ich meine, das sind ja Sachen, die prägen dich ja auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man geht da immer so ein bisschen in das, ein bisschen krass rein. Und ich möchte die Leute jetzt auch nicht erschrecken. Und nehmt es ja auch nicht böse, das ist meine eigene Wahrnehmung. Klar, früher hat man sich mal auf die Nase gehauen. Das gab es schon immer. Klar. Ja, und das wird auch immer so sein. Aber ich habe so das Gefühl, dass, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, war das nicht so feindselig, auch wenn es Situationen gab. Aber so diese Grundatmosphäre war nicht so feindselig und aggressiv, aggressiv geschwängert wie heutzutage teilweise. Ja, ich weiß nicht. Also ich kann es jetzt nicht von der Schule auch nicht mehr beurteilen, weil was ich so denke, ja, man verwischt da auch in so ein paar immer so, wenn man an Frühjahr denkt, wie es wirklich war. Also so super toll fand ich jetzt meine Schulzeit auch nicht so. Hör auf, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das muss ich nicht haben, ne? Nein, ich habe, sonst muss ich mir ein Bier im Kühlschrank holen und ich trinke selten mal was. Ja, ich habe ja noch Rum und Whisky stehen. Ja, dann komme ich bei dir vorbei. Nee, aber keine Ahnung, also ja, kann ich jetzt so krass nicht beurteilen. Ich habe nur einen Kindergarten neben mir, da wird häufiger irgendwie rumgeschrien oder weiß der Teufel, was die da machen. Ah, weiß ich nicht. Weißt du, ein eigenes Empfinden, das ist, nochmal, das ist, ich kann auch völlig falsch liegen, zweifelsohne, da hat jeder so seine Auffassung. Ich bin sowieso ein bisschen anders dran, weil, wie gesagt, durch das, dass ich in Spanien lebe, habe ich nochmal eine komplett andere Kultur seit über sieben Jahren, die da ganz anders unterwegs ist und dann jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, dann viele Dinge ganz anders sehe, ist aber eine andere Sache. Vielleicht kommt es auch daher ein bisschen. Aber mit Serien ist halt, Entschuldigung, das tut mir jetzt wirklich leid, wenn man jetzt heute zum Beispiel drauf guckt, ist es, klar, damals gab es auch Sachen wie reich und schön und, ach, was ist ich für ein, boah, hör auf, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Und auch das gab es damals. Aber ich glaube, dass es überhaupt gar nicht so krass verbreitet war. Aber das wird wahrscheinlich daran liegen, dass es eben Serien waren, wie Denver Clan und wie sie alle heißen, das war einfach outside von unserem Alter. Das hat uns damals einfach nicht interessiert. Oder was meinst du? Ja, also wenn ich an so Serien denke, das hast du ja auch nur irgendwie mitbekommen durch die Eltern oder, weißt du, irgendjemand, der im Haushalt das geguckt hat, das ist ja für Hund, das ist eigentlich schön, wenn ich daran denke, so, boah, Lindenstraße, also diese harte, harte Zeug da, das muss ich nicht haben, sowas. Nee, aber, ja, ansonsten wurde halt schon geguckt, dass man irgendwie nicht einen Quatsch anguckt, aber trotzdem gehört natürlich auch irgendwie sowas wie Dragon Ball oder Dragon Ball Z dazu. Wirklich? Bei dir gehört das dazu? Also ich habe tatsächlich Dragon Ball nachmittags angeschaut, ja. Bei mir ging Pokémon, Dragon Ball, alles, was damit irgendwie, ging an mir komplett vorbei. Ja, das war einfach in, in der Schule zu meiner Zeit. Es hat jeder, da hast du dich getroffen tatsächlich bei irgendjemandem und hast dann so eine halbe, mehr ging es ja nicht, also eine halbe, dreiviertel Stunde Dragon Ball geschaut, bevor du wieder rausgegangen bist. Aber das war so ein Pflichtprogramm irgendwie, weil dann hast du danach, am nächsten Tag hast mit den anderen drüber gelabert in der Schule, was sie da jetzt schon wieder gemacht haben, weil die Dragon Ball Serie, die hat's, die hat's verstanden. An jede, jede Folge war ein Cliffhanger hinten. Also bei jeder Folge, du musstest die nächste sehen. Und manchmal waren auch solche Kämpfe oder, was die da gemacht haben, immer so drei, vier, fünf oder zehn Folgen verteilt. Das ist so richtig, richtig unnötig. Aber so haben die es halt einfach geschafft, dass du weitergucken musstest. Ja, das war einfach, das war einfach auch dazu, zu den normalen, interessanten Sachen halt noch dazu. Das war halt auch so ein stumpfes, ja, mehr oder weniger stumpfes Programm. Ist alles an mir vorbeigegangen, das ganze Merch und so weiter, was da mit, ne, mit dem, gar nichts. Also ich hab da keine Berührungspunkte. Also klar, Pokémon, wenn du mich jetzt fragst, ich kenne eins. Krieg jetzt alle 151 von den ersten. Und das war's. Ja, Shiggy, Shiggy Glumanda, wichtig. Keine Ahnung. Shiggy Glumanda hört sich für mich an wie eine ganz neue Influencerin auf Instagram, die sich, keine Ahnung, mit aufgespritzten Lippen und alles, ne, wo mehr Fensterkit im Körper verteilt ist, als in einem Einfamilienhaus. Das ist für mich, wenn du zu mir Shiggy, was weiß ich, was sagst, ist das, würde ich mir sowas vorstellen. Wenn die im Meer schwimmen geht, dann brüllst du auch, ey, da ist schon genug Plastik im Meer. Das ist wirklich, fisch die mal mit raus, Ocean Clean. Ja, wir triffen auch schon wieder ab, aber. Ja gut, dann sind einige Strände in der USA, sind beide Lehrer, ne. Ja. Aber das ist komplett an mir vorbei. Was vielleicht auch daran liegt, gut, ich bin mit 15, hab ich schon die Kochlehre angefangen, ne, da hatte ich wenig bis keine Zeit, sowas zu gucken. Von dem her ging das halt wirklich komplett vorbei und davor war ich halt wirklich Tag, also wirklich bis spätabends, war ich halt wirklich auf dem Tennisplatz gewesen. Das ist halt, weil du da deine Freunde hattest, du hast ein paar Mal am Tag Tennis gespielt ein bisschen oder du hast ein Rundenspiel gehabt, ne, wo du dann sowieso mit deinem Team unterwegs warst. Und ansonsten hast du auf der Wiese Fußball gespielt, dann gab's dort, ne, hat man gegrillt alle zusammen und das war halt noch was völlig anderes. Also ich hab wirklich nicht das beste Elternhaus gehabt, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich hab da auch kein Problem damit. Ähm, aber das sind Sachen, die hatte ich halt dennoch. Weil du warst da praktisch, das war wie eine riesengroße Familie, da kannte sich jeder und da bist du einfach, äh, da konntest du zu jedem anderen Erwachsener halt auch eben hingehen und du hast auch auf die gehört. Ja, klar. Das ist, da bist du nicht hingegangen, du bist nicht mal Papa. Ja, klar ist ja das nicht, aber das ist ein erwachsener Mensch. Ja, und der sagt dir aber das nicht ohne Grund. Ja, ja. Ja. Und das ist irgendwie, wenn du heute mal reinguckst, ich hab das irgendwann mal gesehen, es gibt ja, ich kenn jemanden, der auch bei Twitch streamt, der macht bei solchen Produktionen mit, ähm, ist da unterwegs, für ihn ist das super spannend, glaub ich ihm auch, weil er ist ja praktisch hinter der Kulisse und es ist ja nochmal so eine andere Welt vielleicht auch, ne. Mhm. Aber, aber, wenn du dir das anguckst und, und wie sich da manche so verhalten und was da gezeigt wird, wenn, wenn uns doch die Serien damals geprägt haben, ja, also ich hoffe, dass dich jetzt Calimero zum Beispiel nicht so arg geprägt hat und du immer noch Eierschalen auf dem Kopf rum, rum und regst. Mein, ähm, wirklich auch sehr, sehr favorite, äh. Calimero, cool. Calimero mit Sombrero. Ja. War, war super klasse. Urspanisch. Urspanisch gab's ganz, ganz früher schon in Spanien. Ja. Ähm, es ist, äh, auch Benjamin Blümchen und so weiter, das ist, ich bin Benjamin, Benjamin Blümchen. Es ist Blinky Bill. Oh ja, Blinky Bill. Ich kann so viel Zeug aufzählen. Geil. Ah, es tut mir so leid, Leute, da draußen, aber das ist, das sprudelt, es fängt an und es sprudelt dann raus, es ist genauso wie... Kennst du, kennst du noch der Traumstein, kennst du das noch? Mit diesen komischen, verfeindeten Noobsies da, wo du, ähm, so wie so, wie so, ich weiß nur, dass das so, so wie gut und gegen böse war wieder. Der Traumstein, das war irgendwie so ein Stein, wo dann eben dann irgendwas erfüllt hatte oder was weiß ich und dann das Böse wollte den immer, immer klauen und da gab's so ganz komische, wie so Trolle und was weiß ich. Ja, das war auch geil, ja. Oder hier, was hab ich zu dir gesagt? Dr. Schnaggels. Ja, das hast du mir gesagt, aber das ist nicht, ist nicht in meinem Kopf drin. Geil, das musst du mal rankucken, also das ist einer der besten Intros oder witzigsten Intros ever. Dr. Schnaggels auf seinem Pogo-Stab rumjumpen da und der hat auch immer so Sachen gebaut und hat auch so eine Mondrakete gebaut und so irgendeinem Scheiß und so Tiere mitgenommen, die ihm geholfen haben, weißt du, wie moderne Arche. Ich glaube, so ein Nasenbär hat ihm geholfen oder was weiß ich. Ja, der kommt besser in die Ecken. Irgendwie sowas, das ist richtig, richtig kranker Scheiß. Aber richtig genial, ja, Dr. Schnaggels, bester Mann. Allein statt der Name, weißt du. Dr. Schnaggels, ja, das hört sich heute, wenn es einer hört, dann denkst du da an, das gucken hoffentlich keine Kinder. Aber wenn ich an Blinky Bill, wenn ich den schon sehe, ist keine Serie, aber Feiwilder Mauswanderer, war es heute noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Weil der so traurig ist, der nimmt dich so mit und dann freust du dich wieder und hin und her und dann, wo der in dem Schiff drin sitzt und singt in der Ferne, da kriege ich, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich hatte damals ein Feiwild Kuscheltier und das war mein absoluter Favorite, der war immer dabei, immer. Das ist einfach, weiß ich nicht, das sind so Filme, das letzte Einhorn und so weiter. Oh, ja, 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 ja. Also, muss. Ja, auch wenn wir gesagt haben, Kinder sehen, aber das findest du heute nicht mehr. Ach, dieser Soundtrack schon, Last Unicorn, oh, richtig genial. Auch die Atmosphäre, du hast vorher genau richtig gesagt, wenn du den Anfang von The Last Unicorn siehst, mit diesem Lied, wie die Kamera schwenkt durch den Wald und wie viel Liebe da drin steckt, ja, und wenn du mal überlegst, wie viel muss da schon gezeichnet worden sein, wo ich dann, das ist für mich so eine transportierte Emotion, das nimmt dich mit, du, volles Pfund, was es für mich heutzutage, auch wenn es animiert ist, gar nicht mehr so wirklich kann. Es ist so viel möglich heutzutage und ich nehme da jetzt zum Beispiel gerade mal die Star Wars Trilogie, wo das dann Disney übernommen hat, das hat mich, es hat mich kein einziger Film gecatcht, keiner, weil für mich diese, diese Möglichkeiten einfach vielleicht auch falsch genutzt sind, weiß ich nicht, für meinen Geschmack und ich glaube auch, dass wenn man The Last Unicorn heute mit den heutigen Mitteln animiert, animieren würde, würde mich das nicht so mitnehmen. Ja, ich glaube auch nicht. Das war eine andere Zeit auch, das muss man immer dazu sagen, weil du wächst halt einfach in deiner Zeit auf und das passt dazu. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kinder, die jetzt aufwachsen, halt, weil die nichts anderes kennen, dass es halt auch zu denen passt, weil die halt keine Referenz haben dazu. Aber wir haben ja jetzt die Referenz, wir haben ja dieses, wie wir aufgewachsen sind, wie wirklich informative, unterhaltsame Kinderserien, wie viele es gab, also viel, viel mehr als heute. Ja. Und im Gegensatz dieses Kontrastprogramm heute, dieses nur noch Entertainment, nur noch Beschäftigungstherapie für die Kinder, ja, abstellen vor der Glotze, ich habe eine Stunde meine Ruhe und kann irgendwas machen, sowas halt. Das ist halt viel häufiger, glaube ich, heute und ich glaube, das ist der Unterschied, so dieses, du musst heute wirklich suchen und da kann ich vielleicht jetzt mal einhaken. Die hat bei dir selber. Ich auch, ja. Er hackt bei sich selber ein. Ich hake mal ein, genau. Ich hake mal da jetzt in diesen Satz ein und zwar eine coole Erklär-Video-Plattform auf YouTube ist, kurz gesagt, in der Nutsche. Alter Schwede, ich habe selten komplexere Themen einfacher aufgebrochen gesehen und das Geile ist, es ist wissenschaftlich fundiertes Zeug, es ist nicht irgendwelcher Quatsch, irgendwelche Gruppen machen, geil animiert, cool gemacht mit diesen Vögeln als Charaktere überall und die beleuchten jedes, auch noch so komplexes Thema, Riesensterne, Supernova, Riesenviren hier, Terraforming, weiß der Teufel, was man alles machen kann hier, was würde passieren, wenn man auf dem Mond eine Atombombe zünden würde, sowas. Alles mögliche. Macht das nicht nach, bitte. Nicht nachmachen, ja, ganz wichtig. Auch wenn ihr die Möglichkeit habt, nicht nachmachen. Ja, oder so, was ist Intelligenz, ja, Fusionsenergie. Coole, kurze Videos unter 10 Minuten, aufbereitet wissenschaftlich und wer mehr wissen möchte, also ich gucke das auch gerne immer wieder mal an, wenn es mich ein Thema interessiert, es gibt auch dazu in den Links immer wissenschaftliche Dokumente, also auch für Erwachsene dann eben und Leuten, die das interessiert, nochmal fähig nachzulesen, auf welchen Studien das eben fundiert und mit welchen Wissenschaften. Also auch im Quellnachweis und nicht einfach bloß dahergesagt, ne? Genau, genau. Und richtig, richtig cool gemacht, da bin ich vor ein paar Jahren drauf gestoßen und ja, die haben 15,4 Millionen Abonnenten, der englische Kanal, also der amerikanische. Du hast mir das mal gesagt und ich habe das davor nie gesehen, aber ganz ehrlich, was sind diese 15 Millionen? Ja, das ist viel, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber das ist ein US-Kanal, wie viele Menschen leben da? Was sind dann 15 Millionen? Da gibt es dann andere, die, Entschuldigung, irgendeinen Scheiß-Content machen, wie Mr. Beast und weiß nicht, wie sie alle heißen, ja, die über 30, 40 Millionen Leute haben, weißt du, wo ich mir dann denke, what the hell? Das ist halt schade. Genauso muss man aber sagen, es gibt heutzutage immer noch so Leute, wie du gerade gesagt hast, wer das mal auf Deutsch haben möchte, aber in dem Bereich Astrophysik, aber auch viel was mit der Erde und außen drum und mit allem zu tun hat, hört euch Lesch an. Oh ja. Lesch ist jemand und ohne Witz, ich war super, super, super schlecht in Mathematik, Chemie, also Naturwissenschaften war überhaupt nicht meins, weil es auch, es tut mir leid, wenn es jetzt irgendein alter Lehrer von mir hören sollte, ihr habt es scheiße gemacht, ihr habt es nicht interessant gemacht, ihr habt es runtergerattert, du musst es reingeprügelt kriegen und da war nichts dabei. Schämt euch. Ich hatte einmal einen Physiklehrer, der hat wirklich sein Bestes gegeben, aber da waren die Grundlagen schon versaut, ja, der hat, der hat aber wirklich versucht, dich mitzunehmen zu catchen, aber das, wenn halt die Grundlage schon nicht da ist, weil es da schon versaut worden ist, tat er mir zum Teil auch wirklich leid. Ja, was soll er noch machen, mehr kann er nicht draus machen, ja. Aber es war halt jemand, der, der, wo du gesehen hast, hey, der hat da wirklich Spaß dran, der, der möchte selbst dahinter kommen, der, der, der macht da viel und das findest du nicht mehr so oft leider bei, bei Lehrern, ja, auch damals schon nicht. Kann ich unangeschränkt auch empfehlen, ja, Professor Lesch, Lesch's Kosmos und auch Alpha Centauri früher, die alten Serien, boah, richtig genial. Hört euch auch gerne mal Gastvorträge von ihm an, das ist, der ist mega witzig, der Typ, der ist richtig witzig, was er da verpackt. Ja, und er hat in Gießen studiert, wo ich gelebt hatte, ja, und hat wirklich viel gemacht und den gibt's auch als Podcast, auch als Videopodcast, das sind Videos, die gehen 15 Minuten lang, wo dann wirklich Zuschauerfrage genommen wird, wie Nordlichter zum Beispiel entstehen, und hat halt so oft durch seine Erfahrung auch Anekdoten, ja, wo du, wo du die Möglichkeit hast, mit einzutauchen. Ja, auf jeden Fall. Und er ist kritisch, er nimmt nicht alles, er sagt auch, nö, also, nö, seh ich nicht ein. Ja, 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 ja. Und, ähm, das sind so Sachen, das sind Perlen, die du halt suchen musst und das find ich super schade, ähm, wir haben jetzt sehr, sehr viele Serien auch aufgezählt, die No-Brainer waren. Ob das Captain Future war, ob das die Ninja Turtles waren oder sonstiges, ja. Äh, später hattest du ja dann noch die Chip und Chap und... Captain Baloo. Genau, Captain Baloo, äh, was sie gar nicht genannt haben, was ich aber gar nicht mal so gut fand, äh, weil der Ableger so, äh, selber, selber zeichnen sie wie die, wie die Flintstones, die Feuersteins, die Chatsons. Ach so, ja, 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 ja. Ja, auch futuristisch war, war nicht so meins, aber... Nee, meins war nicht. Ähm, es war einfach noch ein bisschen anders, aber es gibt und es gab so viele Serien, die wir jetzt schon angesprochen haben, wo wir Dinge mitgenommen haben. Ja, auf jeden Fall. Bis heute, die, weil die dich animiert haben zu etwas. Ja. Und das, finde ich, ist heute nicht mehr so wirklich der Fall, dass du da irgendwo aus jeder Folge was mitnehmen kannst, auf dein normales Leben rein projizieren kannst und es kommt was Gutes bei raus. Ja, vor allem, wenn ich dran denke, wie viel politische Dinge in Alfred Judokus Quack zum Beispiel aufgekommen sind, da war einfach Politik, da war in dieser Serie einfach Politik ein Thema. Ja, heute dürftest du es halt nicht mehr. Nee, das war richtig, also das war der Wahnsinn, das ist, weiß ich nicht. Wir hatten das, glaube ich, ja schon mal, oder? Wo wir gesagt haben, bei der einen oder anderen Serie, wenn du das heute sagst, dann ist es vorbei. Ja gut, dann hast du, dann kannst du vielleicht dein Testament machen, du kannst dich umbenennen, in ein Zeugenschutzprogramm gehen irgendwo, weiß ich nicht, auf die Malediven ziehen oder was, weiß ich. Aber für mich jetzt zum Abschluss, was es das betrifft, eine Serie, die ich nicht genannt habe, die ich so gerne gesehen, aber auch auf Kassette gehört habe. Ja, Kassette, ich bin alt, es tut mir leid, Leute. Bibi Blocksberg. Das hatte ich sogar auf Kassette, muss ich sagen. Ich auch, ich auch, ja. Bibi Blocksberg, ne, mit Kartoffelbrei und auch Benjamin Blümchen. Ja, klar. Da habe ich keinen Hehl daraus, sehr gerne gehört. Aber, was ich sehr gerne geguckt habe und aber auch gehört, weil ich auch Kassetten davon hatte, ja, war The Real Ghostbusters mit Slimer. Habe ich auch angeguckt, ja, 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 stimmt. Habe ich so dermaßen gerne angeguckt. 89 ist es in Deutschland angelaufen, da habe ich das dann auch gesehen, sehr oft. Und es gab ja dann auch die Verfilmung und so weiter, das habe ich dann auch irgendwann gesehen, aber war ja nicht. Das war halt auch so auf der einen Seite ein bisschen No-Brainer, aber auch da haben die über Sachen diskutiert, die du halt auch wirklich hast, wenn du in einer Gruppe bist. Ja, auf jeden Fall. Das haben einige Serien gehabt, wenn ich mich zurückerinnere, wo immer so eine Gruppe war. Außer hier, wie hießen die? Die, die nicht mit der Straßenbahn gekommen sind und mit dem Porsche eingefahren sind, ne? Ja, ja, genau. Oder, ne, wie hießen da diese, die mit den komischen Anzügen, den blauen Dinger, mit den Helmen da, die haben so verschiedenfarbige Anzüge gehabt. Die Power Rangers, boah. Die Power Rangers, ja. Meine Fresse. Ja, wo sie sich eingetanzt haben. Da gibt es so geile Memes davon, wie du so siehst, die transformieren sich eine halbe Stunde und der Gegner wartet einfach so langsam. Ja. Du siehst nur so Lichtblitze vor ihm aufblitzen, damit es mir dieser, dieser interessenlose Miele Ja, mit einer Pfeile so. Ja, genau. Gebt Bescheid, wenn ihr fertig seid, ja. Einfach geil. Das ist auch so ein No-Brainer, das ist richtig sinnlos. Ja. Der Vorreiter von Transformers, ja. Wie gesagt, also nochmal an dich da draußen. Ja, wir hatten damals auch No-Brainer. Ich glaube, das ist auch nicht der Diskussionsschwerpunkt und sollte auch nicht sein. Aber, ähm, und es kann auch sehr gut sein, dass es einfach von uns alten Säcken, zumindest von mir alten Sack, so eine Wahrnehmung ist heutzutage und ich halt jetzt in einem Alter bin, wo man damals vielleicht in dem Alter, in dem du gerade auch bist, kann ja sein, die Augen verdreht hat, der gedacht, boah, lass den Alten doch reden. Das kann sehr gut sein. Aber umso älter ich werde, umso mehr merke ich, da war was dran und ich verstehe diese Leute auch immer mehr. Weil man jetzt selber in den Bereich kommt, äh, genau so agiert, ne? Ne, schreib uns doch einfach zum Abschluss, würde ich sagen, gerne, ähm, wenn es nicht so ist, äh, Gegenbeispiele. So, was gibt's heute für interessante, unterhaltsame, informative Kinderserien, wo man was lernt und Spaß dabei hat? Gerne mal reinschreiben. Aber wirklich ernsthaft. Ich bin, ich bin da auch interessiert, weil, ähm, auch durch das, dass ich in Spanien lebe, habe ich mit dem deutschen Fernsehen kaum bis gar nichts mehr zu tun, äh, außer jetzt diverse Sportevents oder Sonstiges, die man sich mal anguckt und spanisches Fernsehen gucke ich selten, ähm, und heutzutage wird es sowieso schwierig, weil du hast fast alles im Stream. Ja, du kannst ja hier und da die Serie über den und den Stream gucken und, äh, dann hast du das TV von deinem Handyanbieter noch mit zu Hause und, äh, das ist ja dieses Fernsehen an sich, äh, so wie wir es ja noch kennen von unserer Kindheit, gibt's ja an sich ja nicht mehr. Es ist ja alles, äh, ja, verfügbar, wenn du es möchtest. Ja, und was du möchtest. Ich kenne auch noch das Internet, wenn du das Telefon abgenommen hast, war da Internet weg. Also, so Internet kenne ich noch, ne, also, hör mal auf, geh mal aus dem Internet, ich muss telefonieren. Ich kenne die Zeit ohne Internet. Ja, ich auch. Das darf man halt auch nicht vergessen und ich kenne eine sehr lange Zeit ohne Internet und ich lebe, ne? Ja, ja. Ja, cool, genau, ähm, gerne mal einfach schreiben und ich würde sagen, wir könnten, glaube ich, noch nur fünf Stunden weiter drüber quatschen, über, über geniale Serien und, äh, ja, Ja, was war deine Lieblingsserie? Einfach mal, einfach mal da lassen. Bitte. Ich bin da echt, ich bin da wirklich mal gespannt, ähm, was für, da für, für Serien auch kommen, ne? Ja. Aber wir haben, eine letzte Sache haben wir ja nochmal zu announcen, ne? Ja, 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 genau. Willst du das machen, oder? Wir sind ja, wir sind ja fast im Club der, äh, Top 100 gelandet. Mhm. Das ist ja unfassbar hier. Ja, so Apple Podcast. Also, German, German Podcast war das, ne? Genau, also, wir sind heute angeschrieben worden, äh, von, einer, äh, von einer Webseite, die, äh, Podcast Status, äh, durchgehen und haben uns informiert. Und, äh, die haben gemeint, dass der Podcast Backenbart, Brüder, allein auf, äh, Apple Podcast, ja, äh, ein Ranking erreicht hat. Und zwar sind wir in, äh, in dem Bereich Comedy und Interviews auf Position 135 in ganz Deutschland. Ja, Wahnsinn. Und was ich krass finde, und Leute, und das ist kein Scheiß, wir sind es vor, extra nochmal durchgegangen. Wir haben ja auch, äh, Statistiken, wo wir gucken können, von wo aus wird denn zugegriffen auf, äh, auf den Podcast. Mhm. Und, äh, da hab ich dir ja vorgelesen, du hast ja selber auch gesehen, dass da meine Stadt nicht mit aufgelistet ist, ähm, sondern eher Katalunya, zwar auch nur eine Stadt in Galicien, die aber auch über eine Stunde, anderthalb weg ist, um eine Stunde ungefähr zu fahren. Äh, wir sind in Spanien, und das ist krass, auf Position 126 in Kategorie Comedy und Interviews. Also, schöne Grüße gehen raus an die spanischen Freunde hier. Ja. Ist echt krass. Also, nochmal vielen, vielen lieben Dank, ähm, ganz ehrlich, ich hab damit nicht gerechnet, weil wir immer noch nicht so ganz dahinter kommen, wie die Statistiken uns angezeigt werden, was da alles mit drin ist. Ja. Ähm, ich geh stark davon aus, dass bei unserem Anbieter einfach nur das angezeigt wird, was über den Player von diesem Anbieter rüber geht. Ja, ja. Und wahrscheinlich auch, wie die Zahlen jetzt übermittelt werden, wissen wir selber nicht, ähm, aber das ist schön zu lesen. Auf jeden Fall. Weil man damit nicht rechnet. Nee, überhaupt nicht. Und wenn man sieht, wie viele Podcasts da draußen gibt, wie viele, sagen wir mal, berühmte Leute auch Podcasts haben, die in denselben Kategorien unterwegs sind, das darf man nicht vergessen. Ja. Weil das ist eine Kategorie, die sehr gängig ist, das ist keine Nischenkategorie, ja? Absolut nicht. Ähm. Wir machen ja keinen Häkelkurs hier oder sowas. Genau, also könnten wir, aber dann, nee. Hätten wir minus 50 Zuhörer. Dann würden wir Spotify Zuhörer schulden. Weißt du das? Ja, so ein Mahnschreiben von Spotify. Ja, es kommen dann noch zwei Zinszuschauer pro Tag dazu. Ja, genau. Aber das zu lesen, dass wir, wenn du unter den 135 besten Podcasts bist in Deutschland, in diesem Bereich, macht mich schon ein bisschen happy, weil wir echt verdammt viel Zeit reinstecken. Und weißt du, woran das liegt? Weiß nicht, an den Fotos auf unserer Webseite wahrscheinlich. Auch. Das ist maßgeblich daran beteiligt. Nein, an den da draußen. An dich da draußen. An dir. An dir liegt es. Auch. Ja. Auch. Natürlich. Weil wir können nur das machen, aber du da draußen musst da draufklicken und sagen, das gebe ich mir jetzt mal. Ob du jetzt sadomasochistisch veranlagt bist oder ob es dir Spaß macht oder sonst, wie sehen wir ja nicht. Und wir hören es ja auch nicht. Möchte ich auch nicht hören und sehen. Nein. Aber gerne weitermachen. Aber macht gerne weiter. Aber eins muss ich auch nur sagen, das war vielleicht auch nur möglich, weil wir halt echt coole, gute Gäste da haben, die extremst inspirierend waren in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich von jedem was mitgenommen habe. Und das ist halt irgendwie eine einfach schöne Sache. Wenn wir Sputti nehmen von MeinMMO Gaming, Journalismus nähergebracht, war super klasse. Dann dein Kollege Kev, der schreibt heute ab und zu noch, Kev, auch Grüße gehen an dich raus. Ich hoffe, auch dir geht es gut. Der hat Urlaub, schönen Urlaub. Ja. Lass dir die Sonne auf den Pelz scheinen. Aber ja, Kevin hat auch gesagt, er würde sehr gerne irgendwann wieder zurückkommen. Und er hat bestimmt auch noch sehr, sehr viel zu erzählen. Das war super inspirierend. Ja. Kubi haben wir ja schon erwähnt. Der kommt auch wieder zurück. Arne, Filmografie und Fotograf, super geschmeidiger Typ auch. Der hat jetzt eine riesengroße Produktion in Berlin gehabt, was sehr gut lief. Freut mich auch tierisch. Und natürlich seine Freundin, die Künstlerin und Schauspielerin Marleen Max, einer, die da war. Einfach super sympathische Frau, Powerfrau, die auch ihren Weg absolut geht. Und wenn man sieht, was für Leute wir für den Podcast begeistern konnten. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Tobi, aber ich hätte das am Anfang nicht gedacht, weil wir haben ja immer noch Leute auf der Gästeliste stehen. Absolut nicht. Null. Hätte ich gar nicht gedacht. Hättest du mir das gesagt, hätte ich gesagt, ja, ja, klar. Natürlich Schauspielerin, Fotografen. Leute, die einfach mal ausgestiegen sind und gesagt haben, ich verlasse jetzt alles hier für 15 Monate, ja, ja, safe. Natürlich, gar kein Problem. Das ist, deswegen nehme ich die da gerne mit rein, weil wir bieten eine Plattform und Leute haben uns aber in ihr Leben mitgelassen und um dir da draußen einfach auch was mit zu geben, im besten Fall. Und das war einfach so eine Sache, wo für uns immer wichtig war, dass ein stetiges Vorankommen ist, wo wir das Gefühl haben, ja, wir kommen voran, wir entwickeln uns, wir entwickeln einen Podcast und wir inspirieren ja auch Gäste damit. Und das war halt auch wirklich durchweg den Kontext, den wir bekommen haben, egal wer von denen da war, die haben sich wohl und zu Hause gefühlt. Das war so der Kontext, den man wirklich so stehen lassen kann, glaube ich, oder? Auf jeden Fall. Das war so ein Wohnzimmergespräch, so ein klassisches, erzähl mal deine Geschichte und ich frage einfach. Ja. Ja. Ja, cool. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, mit diesem, mit diesem, mit diesem Announcement und diesem Status entlassen wir jetzt einfach die Leute in den restlichen Sonntag und in die restliche Woche, egal wann ihr das jetzt hört. Oder der eine oder andere hört es ja schon am Samstag. Oder Samstag. Genau. Und ich würde sagen, ja, es waren mir immer eine Ehre, über Nostalgie zu sprechen und zu schwelgen in Erinnerungen, ja, mit diesem wunderbaren, wunderbaren Patrick, alias Don Paco. Was? Hallo? Scheint bei dir die Sonne durchs Fenster? Geht sie nicht gut? Hast du Fieber? Es ist tatsächlich schönes Wetter in Deutschland, mal abgesehen davon, dass es in den letzten Wochen immer nur geregnet hat. Ja, deswegen, ich habe gute Laune tatsächlich. Ich merke es, es ist überschwänglich. Ja. Gut. Ich weiß nicht, was ich jetzt so sagen soll, aber vielen lieben Dank auch an dich, wie gesagt, wenn man denkt, wie sich das entwickelt hat. Ich glaube, da können wir irgendwann auch eine Folge machen, wie sich das bei uns entwickelt hat, wenn wir irgendein Jubiläumsding haben. Und danke an euch da draußen, danke an jeden, der dabei gewesen ist bisher und vor allen Dingen auch in Zukunft dabei bleibt, weil wir haben immer noch Bock. Es tut uns leid an die, die uns nicht gern hören, aber ihr hört es dann jetzt auch nicht. Aber wir werden uns verfindlich entschuldigen. Wir haben weiterhin Bock und es werden auch die nächsten Gäste kommen. Wann werdet ihr über die Webseite und alles erfahren? Und ja, ich würde sagen, wir gehen euch weiter auf die Ohren. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Und aus dem sonnigen Spanien sage ich hasta pronto. Wir sehen uns. Ciao. Dem kann ich nichts hinzufügen, außer dass es hier auch mal warm ist, ausnahmsweise. Ja, auch vielen Dank natürlich von mir. Und ja, schönen Sonntag, angenehme Woche, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.